Ja, moin, wir sitzen immer noch bei dem gleichen Problem. Wegfahrsperre. Ihr könnt immer aber mal versuchen, vielleicht mit dem Feuerspot die wegzuschmelzen. Heelspot, kannst du dieses Schloss nicht irgendwie, weiß auch nicht, aufbrennen? Ach, vergiss es. Ach, vergiss es. Das geht nicht. Wir haben ja nichts weiter. Wir können, das muss mit Spot irgendwie funktionieren. Ich weiß nur nicht, wie. Der dicke Spot, nampft das weg. Heelspot, kannst du dieses Schloss nicht irgendwie, weiß auch nicht, aufrollen? Ach, vergiss es. Ja, war eine dumme Idee. Ich weiß nicht, wie. Mit fünf kleinen Spots, das bringt uns auch nichts. Der normale Spot, hm. Der flache Spot. Ich weiß ja nicht. Heelspot, kannst du dieses Schloss nicht irgendwie, weiß auch nicht, aufwickeln? He, warte mal. Ich glaube, ich habe einen Plan. Wie denn? Erzähl mal. So, und nun zu Phase 2 meines Plans. Die da wäre, sich eine Phase 3 ausdenken. Super, der hat Ideen und den sagt noch nicht, was für Rücke. Feuer? Dick werden? Ja, ja, es hat funktioniert. Ja! Die Wälder-Sperre ist gelöst. Corona, ich komme. Hoffentlich ist es nicht schon zu spät. Ey, cool. Die Wälder-Sperre ist gelöst. Ach, wir fliegen jetzt. Und da war es dann. Inmitten des Nichts zwischen den Wolken thronte auf einer einzigen letzten Felsnadel das Schloss Corona. Cedric hatte das Ziel seiner Reise erreicht. Geil. Corona, ich bin endlich angekommen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Das ist ja mal geil. Ja, so schnell ist man in Corona. Da ist ein Busch. Die Lokomotive. Gibt es bei der noch irgendwie was? Das war eine wirklich beeindruckende Fahrt. Ich kann immer noch kaum glauben, dass wir heil angekommen sind. Ja, das glaube ich. So mit einer Lokomotive fliegen ist doch schon toll. Schloss. So. Busch. Tor. Hallo? Ähm. Hallo? Ist jemand da drin? Darf ich rein? Hallo? Keiner da. Kann man das so aufmachen? Kein Schloss, keine Klinke, kein geheimer Mechanismus. Ich habe ja schon einige Türen aufbekommen. Aber diese ist wirklich die Mutter aller Türen. Was soll ich bloß machen? Opa hat immer von der wunderschönen Landschaft rings um Corona geschwärmt. Dieser Busch ist wohl das einzige, was davon übrig geblieben ist. Ja, so eine Top-Landschaft. Oh, nicht. Schöner Busch. Ach, wir haben auch kein Inventar mehr. Auch schön. So, wir haben einen Busch. Wir könnten, also das Erste, was mir einfällt, Busch anzünden. Zündel, zündel. Ich kann immer noch mit Spot Gassi gehen, wenn die Welt untergegangen ist. Du sollst nicht Gassi gehen. Können wir den vielleicht im flachen Modus unternehmen? Tu doch irgendwas. Wir sind fast am Ziel, Spot. Fast am Ziel. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin so weit gekommen. Und jetzt werde ich zusammengekauert vor dieser Tür sterben. Das Schicksal sitzt garantiert gerade auf seiner Veranda bei einem Kakao, schaut auf die Welt hinunter und lacht über mich. Schluss. Ich bin endlich angekommen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hinein finden. Ja, ja, ich weiß. Ähm. Hallo? Ist jemand da drin? Darf ich rein? Hallo? Bringt uns auch nicht weiter. Lokomotive, 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 Lokomotive. Ich kann noch nicht zurück. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Danke, dass du uns heil hierher gebracht hast. Ich muss zugeben, ich hatte zwischendrin so meine Zweifel. Das war eine Wirkung. Ich kann eben... Ja, das hat man auch schon. Wie komme ich da jetzt rein? Busch. Ja, der Busch, der bringt mich aber ohne weiter irgendwie. Ich nehme mir erst einmal nur einen Ast. Gut, wir haben einen Ast. Der eine Ast reicht. Dann eben nicht. Einen Ast. Ast, Ast, Ast. Mit dem Tor. Himmel, das ist der Beweis. Ich bin vollkommen verzweifelt. Ich probiere ja einfach alles aus. Ich bin wirklich verzweifelt. Mit Spot. Ich spiele mit Spot nicht mehr Stöckchen werfen. Es macht keinen Spaß. Er isst die Stöcke immer auf. Ähm, wenn ich... Ich weiß es nicht. Spot dick machen. So, und dann... Den Stock mit Spot. Ich spiele mit Spot nicht. Es macht keinen Spaß. Dann nicht. Wenn ich Spot in Feuer verwandele und dann den Stock mit Spot. Ich spiele mit Spot nicht. Es macht keinen Spaß. Dann nicht. Stock mit Lokomotive? Nicht nötig. Die Lok hat ihren Zweck bereits erfüllt. Lass mich in Ruhe, ey. Stock mit Busch? Nein, ich habe mir bereits den besten Ast ausgesucht. Ey. Es gibt hier nichts weiter. Schloss. Schmeiß rum. Ich habe die weite Reise nicht gemacht, um hier zu randalieren. Oh. Himmel, das ist... Ich bin voll... Ich probiere... Ja, ich bin verzweifelt. Entschuldigung. Hier gibt es aber auch gar nichts weiter. Abgrund. Was haben wir denn bei Abgrund? Mal gucken. Oh, hatte ich erwähnt, dass ich unter einer schrecklichen Höhenangst leide? Nee, das hast du vergessen zu erwähnen. Kann ich... Ach, Quatsch, weißte, dass... Springen ist keine Option. Hörst du, Sedgwick? Lass es bleiben. Wäre aber eine Möglichkeit. Pfff... Pfff... Das hat noch weniger Spaß gemacht, als vermutet. Den werfe ich nicht weg. Er sieht zwar nutzlos aus, aber sowas kann täuschen. Pfff... Zielspot. Fast am Ziel. Also nein. Nur mein Spot. Tu doch irgendwas. Wir sind fast fast am Ziel. Mit dem Busch... Ich kann immer noch mit Spotgasse gehen, wenn die Welt untergegangen ist. Okay, das geht auch nicht. Tu doch irgendwas. Wir sind fast am... Fast am Ziel. Auch nicht. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Den dicken Spot hatte ich... Tu doch irgendwas. Wir sind fast fast am... Auch nicht. Und den flachen Spot. Na ja, das ging ja nicht. Tu doch irgendwas. Wir sind fast fast am Ziel. Kann ich den nicht irgendwie als Fahne nehmen, dass ich... Ich spiele mit Spot nicht mehr Stöckchen werfen. Es macht keinen Spaß. Er isst die Stöcke immer auf. Das ist voll doof jetzt. Wie komme ich da rein? Schloss. Ja, Schloss. Toilet Schloss. Toilet Schloss. Komme ich hier hoch irgendwie? Kann ich vielleicht die fünf Bots mit dem Schloss verwenden? Sinus-Bot. Corona. Wir sind endlich angekommen. Geht auch nicht. So, ey. Ich probiere jetzt alles aus hier. Ich komme hier einfach nicht. Mir fällt einfach nichts ein. Sinus-Bot. Corona. Wir sind endlich angekommen. Ja, schön. Kann man einer sehen, ne? Sinus-Bot. Wir sind endlich. Wenn der Endi an den kommt. Feuer. Sinus-Bot. Wir sind endlich. Ja, schön. Sinus-Bot. Wir sind endlich. Oh, Mann. Ist auch noch Schloss. Bus, der Busch, der kann doch nicht Bus da sein. Bus, der mit sich ein Askri oder so. Bus, der mit sich ein bisschen... Wie soll es denn hier weitergehen? Wie soll es denn hier weitergehen? Spalt! Moment, Moment. Haben wir schon den... Nimm mal den Spot und nimm mal den Spalt. Der passt ja durch. Hey Spot, kannst du mir helfen, das Tor zu öffnen? Geh mal rin da. Das soll ja einer sehen. Keine Ahnung. Wer weiß, was dich da drin erwartet. Eins ist aber sicher. Das wird nicht leicht. Hehe. Wir verstehen uns. Und... Hey Spot. Wenn du das schaffst, nehme ich einiges von dem zurück, was ich über dich gesagt habe. Viel Glück, Kumpel. Kennen wir den da nicht? Verwandeln kann ich den auch noch. Geh mal zu den Booten. Hey, den kleinen Spalt da unten zuerst mal einer sehen. Hallo, kleiner Freund. Was treibst du denn hier? Bring dich lieber in Sicherheit. Ihr könnte es bald sehr ungemütlich werden. Ist doch schon mal gut. Eine Wippe. Wenn ich den jetzt in den dicken Spot mache und auf die Wippe springe und den Stein hochschleudere und ich weiß nicht, was noch alles. Gut, da ist also nichts. Hier ist auch nichts weiter. Der Brunnen reagiert auch nicht. Da ist eine Tür. Hier ist auch nichts. Kuh. Eine Muku. Sonst ist ja aber nichts weiter. Die Muku erschrecken wir jetzt mit dem Feuer. Kuh. Also nicht. Äh, normaler Spot mit Kuh. Piep. Macht auch nichts. Dicker Spot mit Kuh. Möp. Macht auch nichts. What? Die 5 Wortspots machen nix. Und der flache Spot macht auch nix. Okay. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Aber sonst war ja hier überhaupt nichts weiter. Überhaupt keine Reaktion auf Irrung. Geh mal wieder raus. Hier muss es doch irgendwas noch geben. Die Tür reagiert auch nicht. Das Einzige, was reagiert, ist der Commander. Und... Und... Dieser komische Hebel. Ja. Hehe. Braves Tier. Hehe. Lass mich doch in Ruhe. Also die hätten ruhig mal so ein paar Tipps hier einbauen können bei dem Spiel, finde ich. Hier ist auch nix. Ist es wirklich nur dieser Hebel? Weil das Rad besser sagt. Brutzel, Brutzel. Nein. 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 Auch nicht. Schön. Jetzt sind wir hier drin und kommt trotzdem nicht weiter. Das hat aber bestimmt irgendwas mit dem zu tun. Irgendwie muss ich denen nur irgendwie überreden können, das Tor aufzumachen. Ähm. Jetzt ist aber mal gut. Kusch. Nix. Kusch. Du kriegst gleich Kusch. 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 Lass mich in Ruhe. Nö. Kusch. Kusch. Nein. Kusch. 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 Das hat schon mal gesagt, dass er sich wiederholt. geht das hergestell weiter es geht noch weiter aber hier ist immer noch nichts mit dem wir irgendwie interagieren können wir können auch nicht reingehen der geht da einfach nicht rein die wippe was ist das gras büschi kann man das anziehen das ist ein loch da passen die firma mausenloch so ist aber der dickes wird und der dickes bot macht es liegt ein stein und man hätte so meine idee erzähle ich das nächste mal viertel stunde ist vorbei ich weiß es ist absolut nichts passiert in dieser folge aber dafür kann ich nichts das liegt an dem spiel alles kann man sich ja nur ohne ich zusammen spinnen obwohl ich ja manchmal ziemlich viel glück hatte aber naja das haben wir auch neuen kriegen gut ich sagte mal wieder tschüss danke fürs zuschauen und bis dennne dann